Ja, ich bin es ehrlich. Ich soll es eigentlich... Ich bin es auch, das ist nutzlos, aber ich mache es trotzdem. Vielleicht bringt es ja doch... irgendwie einen Bonus dann. Okay. Holzpuppen. Paraskeva-Freitag. Pavel Sergejevic, Indikas Vater, war Paraskeva eine Heilige für Mädchen? Vielleicht, weil viele junge Frauen mit der Ikone die Zukunft in Erfahrung bringen wollten. Und sagen, Paraskeva, Paraskeva, zeig mir den Mann, den ich liebe. Für immer. Will der Herr gnädig sein. Okay. So, das heißt, da oben müssten die Gleise irgendwo mal sein. Plus, minus. Da hinten. Das sieht nach Sackgasse aus. Und so, wie es aussieht, werden da immer noch Gefangene da irgendwie erschossen. Von dem da der Doktor da erzählt hat. Was ist los? Stopp. Lost your nerve, huh? What do you stop me? Since when do you obey me? Worry. Fear is a natural reaction, lifesaving in most cases. What is your goal? To help the girl or show what a hero you are? To. Exactly. If you're trying to help, there's no chance. Calculating chances in a time like this. How low. Hmm, Plumskill. Plumskill. Listen to her. Doesn't like getting abandoned in the middle of an act. What? What? Did you see the size of that thing? Maybe you wanted to join them. You didn't have enough, you motherfucker. He's back out of the gang. Piece of shit. Fuck you. I'm on my way. Willst du jetzt vielleicht mal Danke sagen oder so? Hold on. Wait. Quiet. Stop yelling. You've saved me. And I... I've saved someone too. Oh, poor girl. A little more. And she could have... Lord, Lord, have my sinned for us. You didn't see. She got away. Well, I didn't... I don't know how much. But if it weren't for me. I can't deliver our sinned from... Sorry, what is your name? Ilya. Indica. You know, they say that every hour that a patient doesn't get medical attention, their chance of survival is halved. Crazy thing to say, to be honest. It makes no sense to generalize like that. Do we include every case? No idea where to take it or where it came from. Sister! Did you arrive safely? No incident. Patsyuk, is that you? Wait a second! Hey, you... Drop your weapon. Drop it! You drop your... Your weapon! I know. Shit! Don't take your... Don't take your conscience to a sin. You're going nowhere, mate. All right? N-n-n... You won't... Manage. Won't... Manage. I've got nothing to lose. Hey! Fine, just... Don't... Shoot, all right? All right? All right. To do it like this... To do it like this... Go! Get on! Get on! Get going! Get going! I'm telling you! Get going! NAH! Gn-ol on in! NAH! 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 Was zum? Nein? Au. Ah. Okay, ich muss das so ahnen, wie die Straße denn hier geht. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, ich könnte auch noch vor dich, also nach hinten gucken. Warum mache ich es nicht gleich von Anfang an so? Wow. Das Spiel, ey. Oh Gott, der ist irgendwie schneller. Das kann ich nicht mehr. Das geht so gut, wir kommen. Alter, aber er ist halt echt schlecht, ne? Jetzt hat er aufgegeben. Geht doch. Ich kann mal anfangen, hätte ich wirklich versucht, da eine ganze Zeit in der anderen Perspektive zu fahren. Ja, ich werde noch ein bisschen weiter. Okay. Also. Ja. cod Oh, was? Sie lässt ihn jetzt einfach da? Er wird überhaupt nicht verletzt. Einmal Morphia mit einer Spritze, die bestimmt total sauber ist. Dann. Dann. Oh, whatever you say. Get up. No, no, no. You don't need that. No. Let's go. What on this? Well, either with me or with them. Up to you. Das ist dann so viel schneller. Okay. Oh, holy shit. Yes. Ist er wirklich? Why are you rushing so much? Sorry. We're doing no more than five verse an hour though. Oh, oh, oh. How do you understand it, huh? Is he talking about the word first or how to start an engine? I grew up in a bike shop. My father sold them. In Spasov. Why in Spasov? No. And got a dishie. I've never been to Spasov. I've never been to Spasov. I've never been to Spasov. Also, ich weiß nicht. Dieses Dampfbike, da, das ist witzig. Würde ich sagen, wenn ich echt fahren. He's quite a looker, huh? Thick boy. Oh, my smile awful. No, they kept us on the train for three days. Oh, don't worry. She likes it. It's just like the men you imagine in your room, when you're... Enough. All right, calm down. Is he a bandit or a sissy? Hold on to your seat, for God's sake. Es ist ja echt fies, wie er da mit beiden redet. Oh man. Wohin fahren wir eigentlich? Oh. Oh, 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 oh. Was ist das denn jetzt? Oh, Eniga, komm, schau, was wir heute reinbekommen haben. Oh, darf ich? Ganz ruhig. Hast du nicht etwas zu viel getrunken? Oh, wenn du gewinnst, darfst du eins behalten. Vegas, Adi, Steu... Das ist ja genau so, das war das. Ach, nee. Indie-Rin hier. Okay. Oh, ich bin schlecht in sowas. Okay. Oh, nein, 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 nein. Aber ich glaube, ich habe gut Vorsprung. Er läuft. Aber warum... Hey, man, es ist... Es ist kein Spiel, es ist mehr so ein Kunstwerk. Aber diese Pixel-Art hat schon was. Wo ist der Date jetzt? Ach, der ist er ja. Na, nicht noch eine Runde. Ähm. Okay, der ist jetzt wesentlich aggressiver. Merkst du, den neuner und den dreizehner Schrammschlüssel? Unten haben wir. Meinst du, das reicht? Hallo? Hallo? Wow, ist das da... Das Ding, ich habe doch nicht mal zehn, wer ist. Zehn? Das hat einen Vier-Liter-Kessel. Also eher 50. Ja, sicher. Es ist Schrott. Lass mich mal fahren. Ah, nee, sicherlich nicht. Ah, ist ein typischer Hooligan. Ja, er wird es kaputt machen. Oder stehlen. Eins von beiden. Ja, ich habe es stehlen. Indigo. Werkzeug. Und da kommt der Vorder mit dem kaputten. Oh, das wird nicht gut enden. Aber er muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Warum sind solche Dienste immer so doof geschrieben? Hey. Hey, are you all right? I'm sorry, can I take a look, please? There's nothing to look at. Better give me an injection. Oh, my God. I'm afraid this will happen. If we don't amputate it, you won't survive the afternoon. Our prison doctor, he told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly, the only surgical equipment he had was a rusty wash basin. Very funny. All right. All right. Don't worry. It should be like that. Only like that. I'm also talking to God. To God. Great. You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. What do you mean, you talk to God? What? Oh, my arm. You've seen my arm, yes? It's been a week or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Well, let me explain. Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan. Do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking, but remember the gospel, the father who gave his money to the prodigal son, not to the beloved one, the good one, but to the bandit. He who had been murdering and stealing, but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see one repentant sinner than, well, a hundred thousand righteous people. I don't know. They don't even need repentance. Do you hear me? You know, he laid everything out before me. Spread out like a deck of cards. The past, the present, the future. Who? God, who else? Nee, it was eh, the Teufel. Aber gut, warum sollte er das so voraussagen? Just like you bought me some water in this mug. And I was drinking and I saw, I saw ripples in the water. Little round waves. And heard a whisper. So I drank. Oh. You heard God in a cup? In a cup, yes. But that's, that's not the point. I'll show you when we get there. Okay. Maybe we should go. Da hätte es jetzt aber doch mehr zum Quatschen geben. Ja, da bin ich wohl ein bisschen zu schnell gefahren. What the fuck would do this? It's as if they block the passage on purpose. Come on. The break is rusted shut. I have to find something to get rid of the screw. Ähm. Wieso gehen wir nicht einfach vorbei? Geht's zu Fuß weiter? Ähm. Ja, okay. Ähm. Ähm. Ich würde mal sagen, da geht's rein. Okay. Künstler. Das Leben des heiligen Johannes. Ähm. Nee, das lässe ich jetzt nicht vor. Let's see. Okay. Okay. Und jetzt geht es mit dem Level-Up. Ähm. Okay. Auch wenn es gar nichts bringt. Es ist ein bisschen gruselig, dass hier Puppen drin sind. Okay, da geht es nicht raus. Gehen wir runter. Ähm, ich würde... Wo würde ich das ran machen? Ran? Ist das... Auch, das war sogar richtig. So, und jetzt da rein. Ein Schraubenschlüssel. Und was ist das? Fragment einer Klapp-Ikone. Ja, reinige uns von unseren Sünden. Oh, Sonntag Gottes, vergib uns unseren Frevelor. Heiliger Geist, kommt zu uns und heile uns von unseren Gebrechen. Okay. Äh, gibt es hier noch was zu entdecken? Nö. Und... Ja, gleich. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ähm... Leiter. Oh, nicht dich da ran machen? Ja. Zu einer modernen Zeit würde ich jetzt irgendwie so einen Mechaniker-Shop aufmachen. Alles mit Nonnen drin. Die Mechaniker-Non. Bestimmt ein paar Leute anziehen. Bist du dir sicher, dass du das machen wirst? Was genau? Ja, so würde ich das auch machen. Was zum... Das ist aber ein großer Hund. Äh, Lidl? Äh, okay. 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 Kudets? Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das heißt, da wollen wir hin. Und du meinst, die können dir wirklich helfen? Es hat nichts zu tun mit meinem Arm. Es geht um den Weg, den Weg, den wir gegeben haben. Und ob wir ihn folgen, oder nicht. Es geht um uns. Das war's für heute. So, possessed people are taken to the cadiz? Everybody is. Do I look possessed, do you? No, not you. All right, let's get out of here. Hoist me up. Me hoist you up? Yes, you. You won't be able to pull me up from my bear. Iliya. 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 Hallo? Ja, ich glaub ich... Hm, ich kann... Ah. Wir nehmen einen anderen Weg. Hm. 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 Das ist nonsens. Du kannst nicht mit solchen Sachen vergleichen. Warum nicht? Der Priester ist ein anderes Weg für verschiedene Schmerzen. Und weil du sicher wissen, welche besser oder schlechter ist, es muss man sich ein Weg zu measureieren. Dann müssen wir sehen, dass die Schmerzen ist 10x weniger als eine Schmerzen. Was ist... Schmerzen? Wir setzen uns 1000 Schmerzen an. Das würde bedeuten, dass, wenn ein Postman eine Schmerzen verletzen würde, wir hätten einen Mörderer. Interessanter Vergleich. Ähm. Ah, jetzt so. Okay. Mach's jetzt denn wirklich auf? Nicht so. Hm. Ah, ha, ha, ha! Was zum... Warum ist hier die gigantische Kuh? Was zum... Okay, Heimabbieten. Wie komme ich da rüber? Hm, jetzt mal auseinander. So. Ich muss da weiter. Okay, das ist dann hier so auseinander. Oder? Hm. Ja, und jetzt wieder zusammen. Oh, das... Alla. Ich bin ja auf der anderen Hälfte, aber... Ah, I see. Alla, kannst du mal beten? Komm, beten. Alla. Ja. Ja. Oh, dumm! Trotzdem, warum ist hier eine XXL-Kuh hier drin? WTF? Ich fahre keine verdammten Punkten nach. Das sind so hinwärmlos. Das ist das Spiel, ja. Ah. Aber geil gemacht bis jetzt. Ich freue mich auf mehr. Ach, da ist er ja. Moin. Wo ist der Kuh? Wo ist der Kuh? Gute Frage. Ich habe es noch nicht gehört. Hör, ich werde dir helfen, zu Spassow zu kommen. Willst du ihm das vielleicht erzählen, dass da eine gigantische Kuh da drin ist? Oh, da kann man ja wieder hinsetzen. Oh. Okay. Okay. Okay, Kamera ist von allein da rüber. Okay. Komm, lassen wir so drüber laufen. Und einmal sehen. Oh. I see. Komm, 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 komm. Ja. Ja, warte mal. Ja, geht doch. Was meinst du? Oh, die Kletterei jetzt. Ach, das könnte schlimmer sein. Hallo? Äh. 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 Rauf, da rein. Wir gehen mal da rein. Wir gehen mal da rein. Ah. War sogar eh richtig. Ey, ja. Gibt schlimmeres. Na? Wie viel müssen wir laden? Okay. Okay. Dann wieder dunkel. Aber eigentlich wollte ich die ganze Zeit mit den Gamma-Einstellungen mal ein bisschen spielen. Boah, jetzt ist es wieder so dunkel. Jetzt passt es eigentlich. Ähm. Ich muss mal ganz kurz eine Unterbrechung machen. Ich bin gleich wieder da. So, da rein. Kleine Unterbrechung. Später. Bin ich wieder da. Bis? Was auch immer du meintest. Ich hab's nicht gesehen. Okay. Wow. Oule. Ähm. Ja, also hier in diesem fiktiven Russland gibt's sehr eigenartige... Okay. Also ich darf da nicht rein? Doch. Okay. Guck mal hier oben. Ich glaube wir sollten einen intakten Kotter suchen. Ich sehe. Ähm. Kaputter Splint. Okay. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau.